Joachim Ich nehme die Hände durchs Nutschleiter! Nach einem kleinen Hohart würde ich sagen... Los macht, im Nächsten Druck los machen! Ja, herzlich willkommen hier in der Villa von Sahin. Wir sind gerade angekommen. Technik hat schon fantastisch aufgebaut. Unser erstes Konzert seit ungefähr sechs, sieben Monaten. Also wir sind alle schon tierisch nervös, haben viele neue Sachen im Programm. Mal sehen, ob das gut geht. Und ja, es ist ein Traum hier. Der Garten ist ein absoluter Traum. Und wir haben richtig Bock. Und wir nehmen euch heute mal mit. Hier sehen wir, dass wir das festmachen. Hier sind jeweils zwei, eins, zwei, drei und zehn. Hier, da hinten, hinten, jeweils zwei oder eine. Genau, da ist ja auch noch. Es ist so, dass meine Freunde auf der Bühne stehen und das ist ein super Gefühl, dass ich halt wirklich mit einer Art Familie rumreisen kann, die das hat sich alle auszusehen, oder? Aber anders als in deiner normalen Familie, da können wir keinen Streit. Sollen wir eine Anmoderation machen? Und jetzt steigern wir uns ganz langsam, wir fangen ganz leise an, wir werden immer lauter. Das ist dann quasi die letzte Sechne. Wir nehmen die Hände dazu! Ich freue mich heute mega, dass Druckhof da ist, die Jungs haben langsamer gespielt, haben, wie er froh hatte, hart Bock zu feiern. Ja, vielleicht nicht. Sauber! Sauber! Also, super! Ich sage nur Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön! 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 Dankeschön!